Ja, hallo liebe Patienten und Patientinnen, hallo liebe Cannasseure, liebe Canna-Unity. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Sortenberichte. Ja, und danke für die Unterstützung an Norddampf und Plants for Friends. Ja, in dieser Folge nehmen wir uns eine faszinierende Cannabis-Sorte namens Tallyman unter die Lupe, auch genannt Demikan 27.1. Ich bin gespannt darauf, welche Besonderheiten uns an diese Sorte bietet, denn sie stammt aus einer interessanten Kreuzungslinie. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was Tallyman zu bieten hat. Ja, zuallererst fällt der äußerst exotische Duft von Tallyman auf. Also, dieser erinnert so an eine Mischung aus Maracuja, Banane, Kokos, Pfirsich. Also, man kann sich gar nicht entscheiden, was einem da durch die Nase geht. Man kann es aber auch schlecht erriechen, was es jetzt genau ist. Also, dieser aufregende Strain hat auch so einen Hauch von Käsigkeit. So, der Tallyman zu einer, also der macht es auf jeden Fall zu einer äußerst interessanten und einzigartigen Sorte, finde ich. Es ist wirklich schwer einzustufen, welches Aroma mehr durchkommt. Wenn es um Aroma geht, hebt sich diese Sorte definitiv von der Masse ab. Und jetzt schauen wir noch, wie es schmeckt. Also, kommen wir zur Aromaprüfung. Hey, Mr. Tallyman, wie schmeckst denn du? Diese Fruchtbrumpe, die einem da entgegenkommt, das ist schon echt wie am Lolli-Lecken fast. Na, wirklich super lecker. Nicht nur der Duft und die Wirkung, sondern auch das Erscheinungsbild von Tallyman sind beeindruckend. Die Blüten sind kompakt, sind hellgrün, oft mit so lilafarbenen Akzenten. Und das verleiht Tallyman eine auffällige Erscheinung, die wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zieht und ziehen sollte. Es glitzert, als wenn die Sonne so auf Schneekristalle fällt. Sorry, wenn ich jetzt so poetisch werde, aber es ist wirklich wunderschön. Also toll, wenn der Geruch auch noch zum Aussehen passt. Und herrlich, wie viel Trichome, sehr kompakt und die Größe ist im mittleren Bereich. Und jetzt kommen wir zum Drücktest. Ich drücke zwar lieber Frauen, aber bei Tallyman mache ich mal eine Ausnahme. So, sind wir mal leise. Habt ihr das gehört? Knusprig. Auch die Trichome sind hier sehr gesprungen bei dieser Sorte. Also Tallyman hat es in sich. Und ja, das hat es auch vom Geschmack bewiesen. Tallyman hat ein THC-Gehalt von 27%. Also eine wirklich hochprozentige Sorte. Ja, und in den deutschen Apotheken ist es als Demikan 27.01 Petiluma erhältlich. Ja, Tallyman ist eine ausgewogene Hybridsorte mit 50% Indica und 50% Satira. In Bezug auf die Wirkung ist Tallyman als hybridlastig einzustufen. Bedeutet, dass sie sowohl anregende als auch beruhigende Eigenschaften bietet. Dies macht sie vielseitig einsetzbar und passend für verschiedene Tageszeiten. Dieser Strain wird in Kanada angebaut und zeichnet sich durch die Abwesenheit ionisierender Bestrahlungen aus. Also auch ein unbestrahlter Strain, was einen auf jeden Fall freut bei dieser Sorte. Preise können sich aber wie immer von Apotheke zu Apotheke unterscheiden. Liegen jetzt bei unserer Apotheke bei leckeren 14 Euro. So, schauen wir uns mal den Stammbaum an. Tallyman ist das Ergebnis einer interessanten Kreuzung aus Banana, Dorsidos und Papaya. Also was man auch eindeutig riecht und schmeckt. Tallyman eignet sich besonders für erfahrene Cannabis-Benutzer bzw. Patienten, die eine höhere THC-Dosierung suchen und ein einzigartiges Aroma genießen möchten. Und ich würde es empfehlen, auch wenn es eine vielseitige medizinische Wirkung haben kann, eher so zum Entspannen, vor allem zur Stimmungsaufhellung, also bei Depressionen, aber auch zu Schmerzlinderungen sowie zur Appetitanregung. So, jetzt zeigen wir euch aber mal das wirklich Interessante und Wichtige, wie immer den Hinweis, dass das Terpen-Gesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können sich natürlich ein Schuh gemäß variieren. Die Hauptterpene in Tallyman sind Transcauphylen mit etwa 30%. Danach kommen die Limonen mit 23% und wir haben noch 9% die Beta mit 10% und wir haben noch mit 7% den Mbisabolol und sonstige auch noch mit 31%. Sie machen diese Sorte auf jeden Fall zu einer sehr interessanten Option für medizinische Anwendung. Ja, und hier nochmal die Zusammenfassung. Tallyman ist also ein gut ausgewogener Hybrid mit einem THC-Gehalt von bis zu 23% und einem THC-Gehalt von bis zu 1%. Mit einem Geschmack, der sehr fruchtig, bananisch, aber auch mit stark zu beschreiben ist. So, und wie immer zum Fazit. Ja, insgesamt ist Tallyman eine bemerkenswerte Sorte, die sich von anderen abhebt und mit ihrem exotischen Duft der Vielseitigkeit der Wirkung und der optischen Anziehungskraft überzeugt. Ja, echt beeindruckend ist der Geruch und der Geschmack und sicher zahlt man dafür auch mal ein bisschen mehr. Ja, aber die Wirkung macht sich bezahlt. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf eure Erfahrungen und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Danke lieber Maria. Ich bin der Roland von Plants for Friends. Und all diese Pflanzen, die der Maria vorstellt, kriegt ihr euch bei uns. Nur, wahrscheinlich genau die jetzt nicht. Wenn ihr die aber haben wollt, kein Problem, kommt es vorbei zu Plants for Friends. Wir haben einen Aufzuchtservice. Wir können euch jeden Sammeln, den ihr haben wollt, aufziehen. In der Zeit, die ihr wollt, in der Größe, die ihr wollt. Mit Mario Hasadip Mango Cream. Eine wunderschöne, klasse Sorte. Zeige ich uns eine beliebteste Sorte. Mango Cream, Exotic Seats bei Plants for Friends. Kommt vorbei und hat Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.